Das ist Lena. Sie hat für sich und ihre Familie den Ohrenreiniger IERS aus Silikon besorgt. Denn Ohrenärzte warnen vor der Ohrenreinigung mit Wattestäbchen. Wattestäbchen sind gefährlich für das Trommelfell und schieben Ohrenschmalz tiefer ins Ohr hinein, was zur Verstopfung und Hörverlust führen kann. Mit IERS ist das anders. Es ist für die ganze Familie geeignet, auch für Kinder ab 5 Jahren. Sicher und einfach in der Anwendung und nachhaltig, weil es im Gegensatz zu Wattestäbchen wiederverwendbar ist und keine Müllberge verursacht. Man setzt es in der Öffnung des Außenohrs an und durch Drehbewegungen zieht es den Ohrenschmalz heraus. Fertig! Nach Gebrauch einfach unter klarem Wasser abspülen. Reinige auch du auf clevere und umweltfreundliche Art deine Ohren. IERS gibt es in unterschiedlichen Farben und ist in vielen Apotheken oder online auf www.iERS.de erhältlich.